Runden im Dorf hin, wir zahlen einfach weniger Tests in dieser Bäckerei. Wollen für den Kuchen nur einen Euro anstatt 1,40 zahlen? Nichts gar. 1,40. Die Leute, die es mitmachen, ist okay, aber ich werde es nicht tun. Wir sagen uns halt, wenn man Dienstleister ist, dann macht es absolut Sinn, sich auch in der Leistung messen zu lassen. Und wir wollen halt einen Gegenprint setzen. Zu Geiz ist geil, Richtung Leistung ist geil und Vertrauen ist geil. Die Schnäppchenjäger Verena und Christian nehmen das Angebot dann auch für wahre Münze. Wir waren jetzt sehr zufrieden, wir wollten es einfach mal ausprobieren, ob man auch noch 80 Euro zahlen kann. Das war gar kein Problem. Angebot ist eben Angebot und wir mussten die Wagners auch schon mal 2,50 Euro für drei Nächte in Kauf nehmen. Doch immerhin 90 Prozent der Gäste zahlen tatsächlich den Richtpreis oder mehr. Und ein Ehepaar aus Kanada fühlte sich sogar so wohl, dass sie gleich 1.000 Euro Trinkgeld da ließen. Ausgerechnet in einem kleinen...